Finde ich gut, kannst du mich als Mod machen? Ja, wir machen das als wir schweren Spiel spielen. Wir machen so, wir nehmen dich aus unserem Team raus, machen einen Banner von dir auf unserer Partnerseite und wenn du mal bei uns stehen möchtest, schreibst du... Ja, genau! Guck mal... Guck mal, SimLive, was er schreibt. Danke, ey. Das machen wir so, SimLive. Ja. Ich hab sowieso das jetzt nicht übernommen. Ja. Bin tanken. Okay, tank ich auch, fahr ich auch tanken, müsste ich mal. So, um zu beweisen, wie schlecht ich einfach nur bin... Kann man hier durchfahren? Ist das möglich irgendwie hier? Multiplayer BO2. Müsst du auch mal tanken hier. BO2 könnte ich im Prinzip ja mit zur O. Ja, könntest du. Das geht gar nicht. Ach man, ist ja unrealistisch. Da kann ich ja immer durch den Rasen fahren, immer. Durch den Rasen, einfach durch. Mache was, hoffe ich siehst du Philipp nicht. Was ist mit mir? Nee, Philipp ist admin, ETS admin, kenn ich. Ach so. Dunkel hier irgendwie, ja. Machst halt Licht an. Würde ich auch sagen. Oder mal die Rollers hoch. Dann siehst du vielleicht auch mal die Engel fliegen. Oh, und die wurde getötet. Töne Musik hier ist im Live-Video. Keiner will die Bombe defusen, Mann. Oh, grün. Grün ist falsch. Woran das mal liegt? Jetzt sucht mal den Henner auf Facebook wieder, guck mal. Warum ist grün denn falsch? Warum ist grün denn falsch? Geholt. Ich darf wieder töten, wieder töten, ich darf wieder töten. Ihr wisst ja, dass Soundbefehle 5 Taler kosten, ne? Echt? 5 Taler? Ja, und jede Minute, jede Minute könnt ihr ja posten. Mützeklatze, Mützeklatze. Wir sind alle schlecht im COD, deswegen spielen wir das Spiel. Erst Hamburg, ja. Ich hab da Hamburg gar nicht. Partner von SimLive-Video, Partner von... Oh, Mann, Mann, Mann. Jetzt gerade machen wir voll Werbung für die. Ja, ich hab da Mathe-Rechte im Forum. Ich kann bei einer Ankündigung posten, dass ich gerade online gehe. Ah, ist doch cool. Wir haben 10.000 Mitglieder im Forum. Ja, nice, ne? Ja, ich weiß. So viel muss man einfach mal bekommen. Willkommen. Ich hoffe ja, ich hoffe ja mal zockst du nicht. Wird groß mal irgendwann, ey. Ach, sorgen wir schon für... Ja? Ja, auf jeden Fall. Wir posten ja auch regelmäßig bei zockstu.net. Geht mal drauf, meine lieben Freunde. Ihr seid im Video. Ich mach einfach Werbung auf YouTube. Unter Kroms Video und so. Ja? Unter BAM! Eine Million. Ja, ja. Kronk, ihr sehn geiler. Den treff ich mich ja. Der Erik. Der hat ja auch Presseausweis. Der über... Ja, mal gucken, ne? Wegen Playmessl. Ja. Product Placement Gamescom. Ja, da ist ein Wilder, ist das ja auch. Der sehe ich auch Tanzverbot. Der hat keinen Presseausweis. Ja. Hoffe ich. Hoffe ich. Warum hat er wohl keinen Presseausweis? Bruder stahl sich neu, was? Gamescom. Ach, Gamescom sag ich schon. Ich denke es, einige YouTuber haben sich dazu ja schon geäußert. Ja? Weil sie die Vermutung nahe legen, dass er dann genauso ausrastet, wie bei seiner Ankündigung, äh, als die Gangtour da nach Berlin kam und so, dass es dann, äh, dass er dann nachher irgendwie gewalttätig wird und so. Ja. Der hat sich das Ganze doch selber versaut. Ich warte auf dich. Ja, solange sörbe ich hier rum ein bisschen. Ach, 9, 13, 15 Uhr. Zwölf-Stunden-Tree machen nächstes Mal wieder. Mit Game Keys. Hä? Wo ist denn hier irgendjemand? Die ignorieren mich. Ich werde hier eiskalt ignoriert. Wer? Ja, ich. Ich lauf hier rum, aber meinst du, ich finde hier immer einen Gegner? Keiner liebt mich. Jo, und dann, ausgerechnet, dann kommt ein Gegner. Ja, jetzt bin ich aber mal wieder richtig schlecht. Kann man das auch drehen hier irgendwie? Okay, erste Runde, ne. Erste Runde ist man niemals gut. Also bis zum 21 glüttet der Presseausweis. Also kommst du auch sonntags. Komplett? Ja, ist doch nice. Kannst du auch sonntags. Ja, bin ich gar nicht da. Ja, dann kannst du den Sonntag ja den Deathband geben. Ja. Nun komm du Sau. Gibst du mir den an Dings mit? Warte mal. Oh, und da kommt der nächste mit der Pumpe, alter. Was läuft? Bin ich gerade eingekillt, weißt du, und dann kommen zwei um die Ecke mit ner Pumpe. Was? Sniper Camper. So. 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 . So. 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 . So. 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 Ohne. 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 meiner eigenen Schuhe Dings gibt es dann ist Prozent die D-Mail Kornel ich habe auch die Verlust von der neuen Bieter die Jahrhundert was wir müssen die Verlust der Bieter es gibt eine Bieter ebenso eine Bieter kann ich erst Hä, was? Was ist mit Beta denn? Ähm, ETS? Public Beta? Irgendwas? Die Runde war gar nicht so schlecht. Äh, nö, nicht, dass ich wüsste. Assist? Oh! War irgendwann... Irgendwo. Du bist eine geile Sau, ne? Ja, aber wenn ich das jetzt updaten würde... Dann kann ich mich auch nicht... Da rein, wo letztes Jahr wurde Need for Speed letztes Jahr vorgestellt. Da kam ich nicht drauf, weil EA, die Pressekonferenz, kam nur Presseausweisleute rein. Moin! Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, was ist los? Was ist los? Was hast du auf dem Herzen? Moin, die kommen auf dem Nordhesse. Ausrufezeichen, ich könnt ihr mal einen geben für einen Blog über mich. Wie er da unten wieder hängt, Tyler, das ist so... Du bist so leise! Moin! Wer ist leise? T9! T9, du bist so leise! Du musst reinbrüllen, rechtsrum! Wo fährst du jetzt eigentlich hin? Was? Wo kommt der denn her? Was ist denn das für ein Hacker? Ja, ich habe... Mit der Befreiheit kann man den Angebot ja auch synchronisieren. Ich kann jetzt einen Backup über Google Drive machen, denn die haben naher Funktion. Wie dich cool! Ich fahr die ganzen Zeit Europa Drive. Tim? Ja. Online-Gehr. Was ist? Hast du eine Push-Benattung von Twitch? nicht mehr der aktuelle besitzer ich acht jahre projektleiter auf rgn das ist ja noch nach meinem forum und ich bin mittlerweile projektleiter in rente das ist offiziell jetzt der der offizielle inhaber da kannst du auch ins press umgehen der heißt leon also meint jetzt wo ich online gehe also wo ich ja ich verstehe gar nicht warum warum titsch wie nicht benachrichtig oder so irgendwie verstehe ich würde ich wurde benachrichtig oder anfangen gestreamt hast ja von titsch ja gerne ja wieso okay manche nicht manche ja verstehe ich ja das kommt darauf an wenn du dir folgst dann steht da muss ich sein aber da musst du halt dann das häkchen setzen also den roten grünen punkte ich mache das immer noch bekomme ich eigentlich immer wenn du das halt nicht kann wie kann man schnell reise machen ja aber in der hache und schnell reise ich glaube gewählten garage schnell reise ich habe nur zürich eine ich glaube ich war eine neue youtube rubrik für meinen youtube kanal du willst jetzt die besten auf der leise der ist leise ja ich finde gerade wir waren gerade richtung hannover hannover von hinten an nahe genommen aber richtig alter ich habe jetzt einmal getroffen und sein putter und da habe ich mir geschrieben über webcam geredet und er sagt sein bruder stream gerade da bin ich auf seinen zwiebeln hat black auf die zockt und habe ich gesagt schön grüner an von einem bruder ich komme gerade von einem bruder ja 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 er guckte sich nach hinten wie wie kommt der von dir glaube ich habe ihn gerade in chat toilet ich fahr zehn stunden nach hannover aber ich habe eine frau gesehen da konnte ich in den mund reingucken von unten okay ohne witz ey ich pull schon ins mikro dann musste man lauter stellen auf tab drücken rechte maustaste drücken dann unten auf das zahnrad und da kannst du bei sounds der mikrofonvolumen höher drehen morgen werden oder wasserpumpen werden morgen mit einer hier wollen ein holi ein 4 zu 10 hat es mich schon ja artig untermensch da muss ich mal ohne witz was ist das hat der jetzt immer noch das so einfach mal vorbeikommen wenn du willst wie lang bleibst du dann in hannover ungefähr in hannover ja ja ware fahren ich war nur kleine touren heute aber ich muss aber weg dann auf schöne feier vom bürgermeister feiern das heißt du gehst ach so du gehst ja eine halbe stunde ja 10 9 guck mal er hat mich schon gekannt ja aber schon vier so gleich genau halb vier gleich dann fahr ich jetzt einfach nach hannover kaufe mir da eine garage nachher geht es weiter ich kaufe mir überall eine garage aber da kann ich einfach schnell reise ach ja das sind voll geradeaus geradeaus mein freund ich verstehe kann mich schlecht verstehen kann ich dich echt bist voll leise ach nein diese behinderung in der fresse das ist nicht normal schreibt ja auch noch einen nice match warum sagt tatsächlich waren wir nebenbei noch in der unterzahl ja 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 hammer ist der wahnsinn alter ich möchte mir am liebsten selbst dass du nicht brecht gehepaar auf höchster vorhanden da kriegst du was ich mit mensch wenn du dann in hannover bist und dann wieder online gehst dann ich fahre gar nicht nach hamburg wieder bis jetzt in hamburg ich fahre hamburg jetzt rechts ranfahren und natürlich meine strecke auf hamburg um ändern dann weil sie noch immer auch nicht mehr schlumpfen weiß warte also schlumpf ja sag dir mal dass ich in bremen bin ja wir fallen nach bremen ja jetzt bin ich nicht mehr in bremen nürnberg wo fährst du jetzt hin hamburg ja ist klar da fahr ich elf ne warte auch so scheiße bremspädale geschottet 13 ok gerne mache ich hab ich wird mehr sonst keine hofft genau scheiße scheiß mal aufs geld holen ich kann auch nicht ich war nicht wie lange darfst du ja in der fahrer täglich was noch mal dann wiederum ja immer mit vier neuen matzer sie kriegt sich zwei stunden ja eigentlich eigentlich theoretisch zwei stunden aber ich darf eigentlich immer wenn ich möchte ich hab sogar ein fernseher mein zimmer nein ein fernseher mein zimmer applaus für den ich weiß schon dass dann noch ein spiel schließt aber ja okay wie verstehst du mich gut ja er geht ja ja sogar zu gut eigentlich gekostet 70 euro da jetzt drei jahre drei jahre alt ich habe medusa damals gekommen du es aber noch drei wochen gehalten aber ich habe noch mikrofone wir können mich gerne auf youtube besuchen der ausrufezeichen youtube der nordheche oder ausrufezeichen ich da könnte man blog lesen über mich ihr könnt auch einfach bei youtube hannah eingeben und dann ja ist doch klar oja sexy mann streichel dein bad ich habe kein bad ich hätte früher immer so in der mund das ist doch der ehronische witz daran ironie ja aber heute ist viel los auf dem stream bei mir irgendwie oder es gab keine nachrichten ich habe voll wenig aktivität und ich guck mal wie viel davon bots sind wenn wieder bots wenn die mutter von desben dachte dass er bluthochdruck hat dann hat sie jetzt gerade nicht meine stimme gehört ganz ehrlich wenn ich jetzt ausraste dann hört mich sogar tor fünf bots sind treuern drin wo weißt du das programm wo weißt du das wie fast weiß ich dass das botzchen wie sie das das kann man durch ein programm machen und indem man den namen geht sieht man von welcher seite es gemacht wurde man da steht ja durch die wand und dann holt er mich auch noch dieser unter mensch dieser unter mensch so durch heute mein stream hier rum spielst du siehst mein freund sorry ich spiele ets ja schön nicht etwas mehr ich spiele art hier ist ja nicht oben drei läuft im radioalter alter das war aber war ich noch junge kam kommen gott willkommen im live stream es hat der tanken gehen bei dem händler ausruzzeichen rank könnt ihr eingeben jetzt so ein poli alter toni ich fall mal gern durch die dankstelle durch wenn man das leben ist kein pony hofer außer du bist ein pony ich bin ein pony ja also mein klan heißt honi hat gehießen bonnie klar genau weil er heißt kuckuck jetzt ist mein klan entweder der henner klan also der wo du wirst du oder er heißt oder heißt oder hängel aus dem bäbigen ja auch die woher aus briefträger mein herr baby ist auch noch hat sich hier ja wohl wenn schickt mir doch ein bisschen Ich glaube, das ist oben drei ist das, ja? Hey, bist du das da vorne? Heißt du Henner? Äh, ne, ne, jetzt bist du nicht. Heißt du Pato? Ja, die Talor gehen weg. Wenn du Talor wegkaufst, das geht da Talor. Wenn du Talor weniger hast, dann verzockt die Talor euch alle. Das macht einfach umbringen. Du musst einfach nur töten. Tu man, du kannst gerne mal ausrufen.